Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam al-Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, liebe Geschwister im Islam, und auch herzlich willkommen alle Nicht-Muslime. Man muss verstehen, wir als Muslime, wir sind absolut 1000% vom Koran überzeugt, wir sind vom Islam überzeugt, dass das die wahre Religion des Allmärchigen Gottes ist. Und wir glauben, dass derjenige, der diese Botschaft gehört hat, und dann sein Glauben nicht in dem bestätigt, womit der Prophet alaihi salat zum Gekommen ist, dass er im Jenseits zu den Verlierern gehört. Allah sagt im Koran, in Suche 3, Vers 85, Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird niemals von ihm angenommen werden, und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und wenn man jetzt sieht, dass es Leute gibt, wie ein Muhannad Kurshid, der diese Religion verfälscht, der den Islam verfälscht, der Glaubensinhalte predigt, die mit dem Islam nichts zu tun haben, dann wollen wir als Muslime dies selbstverständlich widerlegen, weil wir glauben, dass wenn Muslime diese Glaubenslehre annehmen, dass sie dann aus dem Islam austreten. Denn um ein Muslim zu sein, muss man prinzipiell an den Koran glauben und an das, was da drin steht. Ja, und der Kurshid, dieser Muhannad Kurshid, möge Allah ein Recht leiten, der hat eine ganz hinterhältige Masche, um die Menschen in die Irre zu führen. Und ich will darüber heute reden, mit dem Thema der Höllenleugner Muhannad Kurshid. Hier ist ein Interview mit einem Musa Bajraj, das hat glaube ich stattgefunden für die Zeitung, Migazin, und da sagt der Musa Bajraj, ich hoffe ich habe den Namen richtig ausgesprochen, An vielen Stellen bezeichnen sie Paradies und Hölle als Symbole für Geisteszustände wie Glückseligkeit und Unglücklichkeit. Heißt das, dass es einen wahren Ort wie Himmel und Hölle nicht gibt? Also erstmal, der Musa Bajraj, der drückt das aus, was Muhannad Kurshid in seinem Buch, wie er hier sagt, an vielen Stellen erwähnt. Dass Hölle und Paradies Symbole sind für Geisteszustände, wie Glückseligkeit und Unglücklichkeit. Muhannad Kurshid hat jetzt gemerkt, dass er mit diesem dummen Quatsch aneckt bei den Muslimen. Dass die Muslime an eine Hölle und an ein Paradies glauben, so wie es das klassische Christentum auch tut. Gut, so und jetzt muss er das Ganze versuchen zu relativieren, jetzt schaut mal, jetzt lasst uns mal gemeinsam schauen, wie er versucht, uns für blöd zu verkaufen. Er sagt jetzt, es gibt Himmel und Hölle. Es gibt Himmel und Hölle. Ich sehe diese Orte aber als einen geistigen Zustand und nicht als einen materiellen Ort. Also ich sehe diese Orte nicht als Ort. So könnte man es auch nennen, ja. Also ein geistiger Zustand. Das heißt, er versucht jetzt nur die Wörter so zu verändern, dass es wirkt, als wenn er im Paradies und Hölle nicht leugnen würde. Es geht nicht darum, dass man im Paradies den ganzen Tag trinkt und isst und Erotik hat. Aber wenn er sagt, das ist ein geistiger Zustand, dann gibt es dort kein Essen, kein Trinken und keine Erotik. Und das ist etwas, was dem Koran an dutzenden Stellen widerspricht. Das heißt, er leugnet damit ganz klar Stellen aus dem Koran, wo das steht. Wenn im Koran steht, die haben wird, Getränke etc. Flüsse aus Honig, Flüsse aus Milch, Flüsse aus wie zum Beispiel. Ja, was ist das dann? Das ist eine Leugnung des Korans. So, dann sagt er, nein, es ist ein geistiger Zustand, den der Koran beschreibt. Er beschreibt die Glückseligkeit des Menschen, wenn er bei Gott ist. Deshalb ist im Koran auch immer wieder die Rede von der Rückkehr zu Gott. Schau euch diesen Schwachsinn an. Inwieweit impliziert die Rückkehr zu Gott das Nicht-Vorhandensein von leckeren Getränken, leckerem Essen und Erotik? Inwieweit? Inwieweit negiert das eine oder das andere? Das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Kann der allmächtige Gott uns nicht mit Dingen, die wir mögen, dort auch verwöhnen? Selbst wenn man einen Zustand der Glückseligkeit hat, weil man sozusagen bei Gott ist, weil man die Zufriedenheit Gottes bekommt. Ja, okay, dann geht es weiter. Gott legt uns zu sich ein und das ist das Paradies. Im Koran steht, dass die Menschen in der Hölle sitzen und dabei reden und diskutieren. Welcher Mensch sitzt im Feuer und diskutiert? Das sind nur Bilder. Im Koran steht nicht nur was von im Feuer sitzen und reden und diskutieren. Und außerdem, ich stelle das hier völlig falsch dar. Ich stehe da drin, das hört sich an, als wenn sie dort Karten spielen. Ja? Sie sind sich gegenseitig praktisch am Beschimpfen im Höllenfeuer. Gegenseitig die Schuld am Zuständen. Das heißt, zusätzlich, zusätzlich zu der physischen Strafe kommt noch eine psychische Strafe. Und natürlich, das, was im Diesseits möglich ist, das, was im Diesseits nicht möglich ist, kann natürlich im Jenseits möglich sein, weil Allah dies erschafft und zulässt als Vermehrung ihrer Strafe. Dass zusätzlich zu der physischen Strafe noch diese psychische Bestrafung dazukommt, dass sie sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Dies ist vielmehr ein Beweis, dass es wohl ein reeller Ort ist. Und das wird in verschiedenen Hadithen erwähnt, dass die Hölle von 70.000 Engeln an 70.000 Zügeln herangezogen wird. Das heißt, es ist klarer Kuffer. Hier werden dutzende Stellen des Korans geleugnet, indem man das aber, man sagt aber nicht, man leugnet die. Nein, das heißt aber nicht. So, was heißt es denn? Die Reden dort, was heißt es denn? Was ist denn Essen und Trinken, was ist denn Essen und Trinken, was ist denn, was ist denn die plausible Metapher dafür? Das ist Schwachsinn. Das ist Kuffer. Ganz klar. So dann. Mein Anliegen ist, dass der Mensch mehr verantwortlich ist, nicht nur deshalb, dass er das Gute anschickt, weil er im Paradies mehr essen und trinken möchte oder weil er Angst hat vor dem Feuer. Erstmal, jeder Mensch, jeder Muslim sollte drei Dinge in seinem Herzen haben. Aber das scheint diesem sogenannten Islam-Professor nicht bekannt sein. Er soll handeln aus Liebe zu Allah. Und handeln aus Furcht zu Allah und handeln aus Hoffnung für Allah. Aber er reduziert die Religion hier nur auf die Liebe. Was ist der Beweis dafür, dass man auch aus Angst dienen soll? Zum Beispiel, Vers 16 müsste das sein. Und sie rufen ihren Herrn an aus Angst und Tamar. Das ist sozusagen aus Hoffnung, aus Wünschen heraus. Also es gibt so viele Verse dieser Art. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Das heißt, hier werden dutzende Stellen des Korans ausgeblendet, weil es sein Ziel ist, den Islam zu einer Religion zu machen, die reduziert wird auf Barmherzigkeit und Liebe. Das ist aber nicht mehr Islam. Islam ist das komplette Paket. Ich gucke mal. Surah 33, Vers 16 müsste das sein, wenn ich es richtig. Surah 32, Vers 16 müsste das sein. Surah 32, Vers 16. Zum Beispiel. Oder auch Zum Beispiel auch. Also so viele Verse. So fürchtet mich Sie, sondern fürchtet mich, wenn ihr Gläubige seid. Hier befiehlt Allah, einem Angst zu haben. Aber er sagt, nee, keine Angst haben. Das soll nicht das Motiv sein. So dann hier 16. Ihre Seiten. Ja, hier steht. Vers 16. Ja. Sie rufen ihren Herrn an, in Furcht und Begehren, und geben von dem, womit wir sie versorgt haben. Ganz klarer Fall. Das heißt, hier wird man Verblüffung. So jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt eine schöne Frage. Was passiert. Was passiert zum Beispiel mit Despoten, wie Hitler, sieht man, wie er schon zurück am Rudern ist. Was passiert zum Beispiel mit Despoten, wie Hitler die großes Leid verursacht haben, ohne dafür gebüßt haben. Kämen sie mit einer Theologie der Barmherzigkeit nicht glimpflich davon? Jetzt schreibt er, nein, keineswegs. Jeder Mensch wird konfrontiert mit allen seinen Verfehlungen. Das wird Qualen verursachen. Gott erlaubt sich außerdem nie, über die Köpfe der Opfer hinweg den Tätern zu vergeben. Hitler wird konfrontiert werden mit jedem einzelnen Menschen, dem er Leid zugefügt hat. Der Prozess der Einsicht, was man anderen Menschen verursachte, wird quälen. Es wird eine geistige Strafe sein. Manchmal kann schlechtes Gewissen viel, viel schlimmer sein, als wenn jemand physisch geschlagen wird. Erstmal fragen wir, wo ist sein Beweis dafür, dass es keine körperliche Strafe für Adolf Hitler gibt, sondern nur geistige Strafe? Das ist Islam, das Koran Smalltalk. Das hat nichts mit Islamwissenschaft zu tun. Das ist Koran Smalltalk. Einfach irgendwas labern, was einem gefällt. Aber in seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit, erinnere ich mich, was wir gegen die Existenz einer Hölle argumentiert, wo die Menschen tatsächlich körperliche Strafen erfahren. Und da wird dann erzählt, Allah ist vergebend barmherzig. Und da wird dann beispielsweise ein Hadith erwähnt, wo der Prophet a.s.w. sagt, dass Allah über seinen Thron geschrieben hat, Inna rahmati galabit radabi, meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn überwältigt. Wenn dem so ist, wenn das die Argumentation ist, dass es keine körperliche Bestrafung gibt, dann müsste er dieselbe Argumentation auch für die psychische Bestrafung nehmen, hier, von der er sagt, dass die manchmal schlimmer sein kann als die körperliche. Weil wenn er mit der Barmherzigkeit Gottes die Bestrafung, die körperliche Bestrafung negiert und gleichzeitig sagt, die psychische Bestrafung kann manchmal schlimmer sein, warum ist dann die psychische Bestrafung noch da und er negiert die körperliche? Das heißt, wir haben es hier mit Koran Smalltalk zu tun, was nichts mit Islamwissenschaft zu tun hat und wir hoffen, dass die Muslime sich darum kümmern, dass diese Person, dieser Scharlatan, seinen Lehrstuhl verliert und wir hoffen, dass diese Person rückkehrt zu Allah und aufhört, seinen Kuffer zu verweiten.